Hallo ihr Lieben, der Line-Bands, den wir euch jetzt zeigen, nennt sich Chica und Bum. Wir beginnen mit dem rechten Fuß und haben als erstes ein Chassé nach rechts, das heißt Sein, Schluss, Saat. Dann einen Rückplatz, zurückbelassen, Lauf. Jetzt kommt ein Element, das nennt sich Rocking Chair oder Schottelstuhl, wir haben nächstes Fall gehen, Liege, Liege. Als nächstes tanzen wir ein Chassé nach links, Chassé-Schritt, wieder Rückplatz, Rückplatz. Und dann ein Element, das nennt sich Toe Strut, bedeutet wir haben einen Tipp mit dem Ballen, draufstellen, Tipp und draufstellen. Wir zeigen euch die ersten Teile jetzt einmal aus der Perspektive. Wir beginnen mit dem Chassé nach rechts und Chassé-Schritt, Rückplatz, Biege, Biege, Chassé-Schritt, Rückplatz, Tipp, drauf, Tipp, drauf. Als nächstes haben wir eine Chassé-Schritt, der rechte Fuß ist frei, gekreuzt wird rechts, über links, Rück, Seite und jetzt ein Scaff, bedeutet mit dem linken Fuß einmal durchschleifen. Dabei ditschen wir noch einmal kurz mit dem Standbein auf. Von hier geht es dann in eine Chassé-Schritt nach rechts, gehen wir also mit links, über rechts, Rück, Seite, Tab. Wir zeigen euch mal diese beiden Chassé-Schritt aus eurer Perspektive. Rechts über links geht es los, wir haben rüber, Rück, Seite, Scaff, rüber, Rück, Seite, Tab. Die nächsten Elemente nennen sich Jazz-Jump. Wir beginnen mit rechts, wir haben sowas wie den P-Step und eins. Bei zwei klatschen wir die Hände, dann kommt Jazz-Jump rückwärts und drei, vier. Zeigen wir mal den ganzen, wir haben dann und eins, zwei und drei, vier. Danach kommt Hip-Bounce, zwei geht es mit rechts los, fünf, sechs, sieben, acht. Auch das zeigen wir mal aus eurer Perspektive. Mit dem rechten Fuß geht es los. Und eins, zwei und drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir zeigen euch jetzt einmal den ganzen Tanz aus eurer Perspektive. Und Chassé-Schritt, Rückplatz, Biege, Biege. Chassé-Schritt, Rückplatz, Tipp drauf, Tipp drauf. Rüber, Rück, Seite, Scaff, rüber, Rück, Seite, Tab. Klatsch, Bein, Klatsch, Bein, Klatsch. Fünf, sechs, sieben, acht. Auch dieser Tanz wird über vier Wände getanzt, das heißt, wir haben eine Drehung. Und diese Drehung tanzen wir an unserer zweiten Jazzbox. Wir tanzen den Teil nochmal komplett. Wir haben zuerst die Jazzbox nach links. Eins, zwei, drei, Scaff. Hier wird nicht gedreht. Jetzt kommt die Jazzbox nach rechts. Da haben wir rüber, rücken, vor, Tipp. Also eine Vierteldrehung nach links, bevor wir die Jumps fahren. Und eins, zwei und drei, vier. Und jetzt zeigen wir euch den Tanz nochmal über alle vier Wände. Und Chassé-Schritt, Rückplatz, Wiege, Wiege, Chassé-Schritt, Rückplatz, Tipp und Tipp und Box. Zwo, drei, Scaff, rüber, Rück, Dreh, Tab. Bandar, Klatsch, Bandar, Klatsch. Fünf, sechs und von vorn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei und drei, vier, fünf, sechs, sieben und Chassé-Schritt, Rückplatz, Wiege, Wiege, Chassé-Schritt, Rückplatz, Tipp und rüber, rücken, Seine, Scaff, rüber, rücken, Dreh, Tab, Bandar, Klatsch, Bandar, Klatsch. Fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Untertitelung des ZDF, 2020